Du suchst den passenden Beruf für Dich? Kommt zum Berufs-Info-Tag. Das BBEW bietet eine moderne Berufsausbildung in vielfältigen Berufsfeldern. Spannende Vorführungen zeigen Dir, was Du während Deiner Ausbildung lernst. Viele Ausbildungsbetriebe stellen sich vor. Erkundige Dich bei ihnen oder direkt bei den Auszubildenden. Sie beantworten Dir Deine Fragen. Mach Dir ein Bild von den angebotenen Ausbildungsberufen, über die Ausbildung im BBEW und die moderne Ausstattung des Ausbildungszentrums. Oder sei dabei, wenn Wacker seine Pforte für eine spannende Rundfahrt durch das Werkgelände öffnet. Das BBEW bietet Dir neben Ausbildungsberufen auch verschiedene duale Studiengänge. Informiere Dich, welche am besten zu Dir passt. Hol Dir die Informationen, die Du brauchst am Berufs-Info-Tag. Du kriegst auch hilfreiche Tipps zum Bewerbungsverfahren. Wir freuen uns auf Dich!